Und damit herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich hab mir gedacht, wir zocken erstmal so ein paar Zwischenmissionen, Nebenmissionen. Weil, guckst du hier, die sind hier unten noch frei. Der Hub können wir uns dann direkt mal angucken. Und wenn wir die gemacht haben, könnten wir... Scheiß, ich bin echt noch niedrig im Level. Das hab ich jetzt gerade erstmal gemerkt. Ich bin erst Level 7. Das ist ja richtig scheiße. Also, gehen wir danach... Dein. Ganz genau. Okay. Nicht viel Zeit verschwenden. Und ich sag... Daten ist garant. Lade Dateien. Los geht's. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Ja, wollte ich schon sagen. Das ist der bekannte Ort. Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Ich wusste, Sie würden helfen. Lau, Ende. Alles klar, Lau. Lau! Let's get Lau! Let's get Lau! Nein, wir holen deine Schwester zurück. Das ist doch eine Ehre für uns. Das ist ein Zivilist. Das ist doch eine Erre für uns. Es war nur hier. Aber es war nur hier. Und wo ist er? Wo ist er? Weil es nur hier war. Und wo ist er? Kurva, keine Ahnung Trink dir einen Wodka, chill down Also, Waffen überholt Eine ihrer Waffen hat Vergleich mit ihrer aktuellen Stufe Eine niedrige Stufe Ja, ich weiß Ich bin scheiße equipped Ich bin voll niedrig im Level Da kippt der Bruder einfach um Alles gut mit dir? Hallo, Bruder Da, bleib liegen Nein Bitte nicht nachmachen Warte mal Spaß Ah, na, 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 na Lix Chelsea Okay, wir sind gleich da Ihr seid auch alle cool Alla Senkou Keiner, Bösen Ihr seid auch alle cool Gut Heather Lau Wieso heißt es Heather Lau? Heather? Und die andere hat so einen richtigen Asiatischen Fen Lau Mao Zedong Ying Yang Yong Namen Warte Chelsea Hudson Okay, wir sind gleich da Eine vermisste Person Lau, ich lasse alle stehen und liegen Nur für deine Schwester Ich hole sie dir zurück Ganz sicher Ich muss da rüber Keine Zeit vergolden Hier ist nix Nein Da ist nix Hier kommen wir nicht rein Erfasse ein Echo in der Nähe Ein Echo Überwachungsdaten werden geladen Analysiere Wiederherstellung abgeschlossen Drücken sie F Mist, ich hab Qua's Funkgerät zu Hause vergessen Teil 2 entsperrt Na komm, gib ihr die Fischstäbchen Nein, Schatz Wir brauchen sie Ich mag Fischstäbchen nicht mal Herr Lau Nein, da können sie nicht lang Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen Das ist zu gefährlich Faye sagt, sie, ich soll mich da täglich melden Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye Sehr ähnlich Okay Das war das jetzt? Das war alles? Kein Geballer, kein gar nix Mission wählen Hm Hm Was ist denn Mission 2? Habe ich doch freigestartet? Ähm Nam 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 Einsatzübersicht Story Kampf Einführung Bin ich jetzt blöd? Ich bin blöd Unsere Story haben wir lange noch nicht fertig Unser Kampf Da, Herr Salau Vermisste Person 2 Da Ach so klein Alter Kannst du ja auch nicht direkt sehen Okay Wir müssen ihre Schwester zurückholen Nützt nix Wir haben für nichts anderes Zeit Erstmal Laos Schwester Vielleicht kriegen wir was dafür Vielleicht kriegen wir was dafür Mösschen Mösschen Ja, ja Schönes Wetter heute, ne? Mössch Sieht gut aus Wo sind denn die Bösen? Alter, kein Böser hier heute Was, doch Böser Mann, doch Mann Keiner hier, ey Was sind denn Leute los? Sind die alle im Urlaub? Freunde, wo seid ihr? Zeigt euch Oh, ich erschüsse Die sind auch noch alle gut Mein Gott Was los mit der? Oh, eine Geisel Ich kann dir helfen, Bruder Sie sind ein guter Mensch Ich weiß, ich komme auch in den Himmel Was? Spray Deluxe Wo? Wo? Der ist auch schon down. Von wegen Essen abdrücken. Oh, Sposh Mom. Okay. Erste ist es. Das, was wir abgegeben haben, haben wir auch schon wieder. Kriegt man hin oder was? Nein, die Tür wird nicht offen. Jemand hier? Anybody out there? Anyone here? Please go. Alter, hier sind hinten Räume, aber hier ist nichts drin. Alter, der Elektroniker ist schnell. Der Elektroniker ist richtig schnell. Das ist ein Elektronikergeist. Heather, ich komme. Und wie je, es gibt ein Teil 3. Heather, okay. Heather, ich komme für Sie. Sieht aus wie der Coca-Cola-Truck. Be married. Taste drink. Mhm. Wolle ich einmal ans Bonkauf hin? Nein. Nenn mich nicht. Bastard. That's it. Bitch. Wenn du mich Bastard nimmst, ist nicht gut für dich und dein Gesundheit, weißt du. Ist nicht gut. Ich war hier. Ich muss dich calmieren. KKKKKK. Das war leicht. Eingesammelt. Ich will mal hoffen, dass die Umgebung, beziehungsweise die Level von den Typen mit einem eigenen Level steigt, weil... Naja, das war uns langweilig. Brüder. Brüder. Mann, ey. Was ist los mit euch? Okay, Heather. Ich habe ein Echo gefunden. Echo. Aktives Echo-Signal geordert. Okay, Cloud-Daten. Überwachungsdaten. Alles wird zusammengeschreddert. Analysiere. Wiederherstellung. Und. Teil 3. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Von Fei-Lao als vermisst gemeldet. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Mission Nummer 3. Mission Nummer 3. Agent, wir müssen eine nachschuben. Da. Auf der anderen Seite. Einmal ums Gebäude rum. Geht's dir gut? Mann, Alter, geht's dir gut? Ist kalt, ne? Ja. Wo ist zu rennen? Aufbau der eigenen Körperwärme und so. Überwältigt. Ich denke, wir müssen da hoch. Die Leiter leuchtet. Echo aktiv. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als erstes ran? Scheiße, ist das kalt. Halte die Klappe und pass auf. Okay. Die beiden habe ich ausgeschaltet. Dann ist da noch einer. Bruder, ich krieg dich. Okay, da nicht. Da. Hier, so ein Säckchen oder sowas? Nein, nein, nein. Okay, öffnen. Faye? Faye, hier ist Heather. Ach, dein Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich, äh, ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Esporte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und bewege dich nicht von der Stelle. Don't move. Waaaaat? Total natürlich. Da sind wir uns einig. Ja. Ich erschüsse. Da geht's nicht durch. Wuhuuhu. Hallo. Meine Güte, sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was sie angeht, Agent. Das bedeutet mir viel. Ich weiß. Unglaublich viel. Ich weiß. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug tanken. Ich melde mich. Lau Ende. Lau Ende. Okay, ich kann alles nicht dran. Gibt's hier noch jemand? Alter, wie viele Gitarren hast du? Ein Mineralwasser. Vielen Dank. Das ist meine Brandmunition. Die ist aber gleich schon wieder weg. Fuck! Ich sollte nicht immer alles gleichzeitig drücken. Versicherungsschann. Versicherungsschann. Don't move! Mutig. 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 Kommt hier mit? Nein? Nein? Der eine verschwindet, der andere macht schschschschsch. Und der macht gar nichts. Dein Ernst? Pulldown. Nein? Kein Pulldown. Bitch. 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 Ja, Echo haben wir ja schon gesehen. Das Echo haben wir schon gesehen. Ein Telefon. Ja, hier Rick. Hi Rick. Schön. Hallo? Wer ist er? Gefällt dir das? Um 4 Uhr morgens auf dem Bett geklingelt zu werden? Ein einfacher Risikogewinn. Ihr habt den... So rufe ich nächstes Mal auch alle an, die ich kennen. Gefällt dir das? Wettt. 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 Brudé. Ah, schon wieder vorbei. Schon wieder vor... Willst du Wasser? Nein? Oh, zu spät. Da ist ja bestimmt was hinter. Hier kann bestimmt was luken. Gar nichts. Mein Gott. Hier rein. Nein, auch nicht. Und ich hätte gedacht, da ist jetzt irgendwas Geiles. Egal. Nächste... Nächste Mission. Neu. Einsatzziel. Abwählen. Achso, Einsatzbericht. Alter, dann will ich ja gar nicht haben. Pennsylvania Plaza. Finden und sichern. Oh, hier unten sind auch noch so viele. Werden gar nicht weniger. Mein Gott. Es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente... Nein. Ähm. Einsatzbericht. Alter, da ist überall woanders. Auch woanders, auch woanders. Okay, die sind noch bei uns. Alter, guck dir die Mindeststufen an. Uh. 12, 10, 8. Uh. Das für uns. 16. Ganz ehrlich. Blitzreisepunkt gesperrt. Die nehmen wir noch mit. Die ist noch in unserem... Ja, ich will... Ja. Ich glaube, da draußen ist... Die nehmen wir noch mit. Die haben sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Original-Virus. Was bedeutet, wir müssen rüber zu Abels und so viele kontaktivierte Geldscheine wie möglich herbringen. Ihr seid alle tot. Oh, mein Aim. Haben wir alle weggegenascht. Alles voll. Ach, komm schon. Einmal Brandgeschoss. Die sahen schon besser aus. Ah ja, hört stimmt. Die sahen schon alle besser aus. Evakuierte Straße. Die Mission nehmen wir noch mit. Broadway Warenhaus. Noch in unserem Level. Gerade in unserem Level. Oh, mein Name ist das. take this kann man auspusten klappt und hier noch holster okay wir gucken einmal wir können bestimmt die video fertigkeitsstärke gedroht nein schaden möchte ich mal nicht schaden will ich lebenspunkte gehen aber richtig runter alter nix den könnten wir nehmen das ist in Ordnung ich denke das ist in Ordnung da falsch falsch da Dark Zone Währung ne Menge ne Menge Broadway Warenhaus d 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 er war für überholt ich weiß meine waffe ist ultra kollegen ultra öhh ups Wir laufen nur in den Broadway rum. Uh! Alles mit Bomben gespickt. Was ist denn der Bomben... Ja, verbiss dich vom Auto, Mann. Und skippt aufs Maul. Okay. Broadway-Wahrenhaus. Stufe 8 normal. Los geht's!